Amerika, 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 Russland, 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 Russland. Hallo meine Freunde da draußen, ich bin Lilliköpfe Spray und heute spielen wir Shadowspeak, das Pieken des Schattens. Das heißt nicht pieken, oder? Was auch immer. Ihr wolltet mal wieder Horrorgames sehen und ich dachte mir, hey, warum spielen wir nicht irgendein Horrorgame von Steam? Shadowspeak soll nicht schlecht sein, soll in die Richtung von Alan Wake gehen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ein Sonnenuntergang. Er redet. Schub sie ins Wasser. Ich verstehe nichts. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob Michelle vielleicht gerade auf ihrer Periode ist oder was genau da gerade passiert ist. Duh. Und das hat uns 15% Leben abgezogen. Was hält der Typ denn aus? Ist das Jesus? Kannst du vielleicht über Wasser laufen? Ne, kannst du nicht. Ah, da ist Michelle. Leider zu einem Vogel geworden, aber... Leider zu einem Vogel geworden. Also nicht mehr ganz so interessant. Press F. Michelle. Oh, geil. Michelle. Jetzt ist das quasi wie Heavy Rain, Freunde. Michelle. Wir können jetzt die ganze Zeit rufen. Der absolute Wahnsinn. Okay, was ist hier? Oh. Rote Kristalle bringen uns dazu zu speichern. Auch sehr schön. So, wir rasen erstmal hier hoch. Oh, wir haben Handy. Jetzt kannst du sie sehen und sie kannst dich sehen. Ach, ihr? Ihr müsst mir doch nicht immer Nachrichten schreiben im Spiel. Ihr wart das, oder? Sag bitte, ihr wart das. Diese rote Anomalie hat dir etwas angetan. Naja, aber dafür hast du noch ganz schön viel Health. Dafür, dass es dir etwas angetan hat. Der Typ kann auch außerordentlich schnell rennen. Vielleicht geht es dem deswegen nicht so gut. Weil wenn man so schnell rennt... Ich glaube, dann... Hallo, Hundi. Tschüss, Hundi. Okay. Nicht zu fremden Hunden gehen. The Shadows Peak. Da steht bestimmt Shadows Peak. Was kann der Hund denn schlimmstens machen? Hey! Au, au. Das beste Spiel, was je gecoded wurde. Ich finde, das Spiel ist... Das schlägt jetzt schon alles. Undertale sowieso. Call of Duty. Ähm. Der absolute Wahnsinn. Kommt wir uns jetzt wieder hinterher? Ne. Gut. Okay. Bisschen Müll können wir auch rumstehen. Oh, geil! Wir können kacken! Jawohl. Was ist hier? Ah. Oh. Oh, oh. That's smart. Äh. Dude, du musst die... Extreme Climbing! Man hätte dafür auch eine Animation einbauen können. Dann wäre es nicht ganz so schwierig gewesen. Aber... Oh, Kinder! Oh, das ist gar nicht so witzig. Wow. Also, ich weiß ja nicht, in welchem Staat das spielt. Aber... Ich meine... Anscheinend ein Kinderbet zu schreiben. I will fuck you. Ich würde vorsichtig sein. Ach, ich weiß ja nicht. Ich würde aufpassen. Kommt nicht so gut. Wir haben jetzt einen Knöchen. Aber wir haben ja gerade schon mitbekommen, dass wir erstmal eine Flashlight brauchen. Bevor wir uns in diese... Cave trauen. Was ist denn das? Antworten können wir anscheinend. Auch nicht. So kaputt ist die Batterie. Ach, ein Ouija-Board. Jawoll. Mit was für Geistern hast du dich denn angelegt, du blöder Sack? Mit was müssen wir denn hier jetzt schon wieder handeln? Ich hasse dich ja so sehr, ne? Nein. Nein. Ich dachte schon. I love the devil. Oh. Ein Teddy. Da ist doch dein Knochen, du dummer Sack. Och, komm. Man kann das Rätsel auch einfach lösen, indem man den Hund da hinten hin lockt und dann ist man hier auch frei, sich zu bewegen. Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Das war unerwartet. Ich habe vielleicht nicht diese Bärenfalle gesehen. Halleluja. Warum stellt hier niemand Bärenfallen auf? Was ist denn mit dir? Oh. Oh. Okay. Vielleicht ist deswegen der Hund so sau. Was ist das denn hier? Es ist ein Kindsbackpack mit einem Pappi drin. Da ist einfach ein toder Welpe drin. Okay. Chill. Alles gut. Ich finde es schön, wie du einfach die ganze Karte schon erkunden kannst, obwohl du hier wahrscheinlich noch gar nicht mal hin sollst. Aber, good to know. Oh. Ich muss ehrlich zugeben, das war super lame, aber ich habe mich echt erschrocken. Als dieses Ding plötzlich kam. Oh. Was ist das da hinten? Da bin ich auch noch. Ja. Ist da gerade ein Stein runterge- Physics. Wer braucht die schon? Warum auch immer da einfach gerade ein Stein runtergerast ist. Es ist einfach passiert. Okay. Ach, der verfolgt mich jetzt die ganze Zeit. Brauchst du vielleicht einen Mund-Erfrischung oder so? Wer weiß das schon? Extraordinary Abilities. Deep Under Water. What the fuck? Ein Buch über die dritte Augenaktivation. Ja, nice. Weißt du, wir finden Batterien wie ein Irrer. Aber meint ihr, es gibt hier irgendwo eine Taschenlampe? Ne, warum auch? Warum nehme ich die einfach den Scheinwerfer mit? Der ist nirgendwo. Dann nehme ich die Batterie in der andere Hand und den Scheinwerfer. Und wenn da mal so ein Schatten kommt, dann sage ich einfach, Tschüss. Geh's jetzt weg. Ich weiß nicht wirklich, was ich von diesem Spiel halten soll. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht hiervon mehr sehen wollt. Ich wollte jetzt einfach mal den Anfang anschneiden, aber ich bin momentan gar nicht impressed und finde das sehr, sehr, sehr witzig, was hier passiert ist. Aber, was das Spiel auf jeden Fall schon mal sehr schön umgesetzt hat, womit ich das hier abschließen möchte, wenn man hier auf diesem Dixi-Kloß und eine Runde in den Eimer da, ne, man kann dem Gras beim Wählen zugucken. That's good!